so und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich zu einer weiteren Aufnahme Hexit, ich habe kurz hier mein Handy weggelegt und wie ihr seht ich habe ein Diamond Giant Sword habe ich letztes Mal noch gefunden wir erst mal das zurecht machen okay damit kann ich blocken und da drauf habe ich am Start des 5 und unbreaking 1 ja soviel dazu was ich mitgekriegt habe ich glaube ich habe kein Ton dann kann es sein so habe ich okay ähm ich habe letztes Mal mit, ich habe keine Musik noch so also was ich letztes Mal mitgekriegt habe dass die Cracket Night doch nicht das Beste ist sondern dass Thief die Beste ist so jetzt ist die Frage was braucht man denn dafür Cray Wool okay Hexical Diamond Hexical Essence okay wie kriegt man die Hexical okay muss man finden da braucht ein Red Rule Red Rule ich glaube ich habe gar keine rote Wolle hier mal gucken Wolle Wolle mit Seidemachen oder sowas also so guck mal ich bin doch schlau soviel dazu jetzt muss ich bloß wissen wie immer roten Farbstoffe macht aber ich glaube jetzt brauchen wir hier die roten Blumen die wir nicht haben ich mich verarschen Red Rule macht man mit also aus Rosen und das andere war Cray Wool dazu braucht man Scheiße dazu brauche ich einen Tintensack aber ich glaube irgendwo war ein Tintensack oder war das in meiner Single Let's Player Welt das weiß ich schon gar nicht mehr doch ein Tintensack wo auch wie wie abgezählt eigentlich jetzt muss ich irgendwie nur noch ja ich gehe mal schlafen irgendwie müsste noch kurz um rote Blumen suchen ich hoffe da gibt es welche ja okay hier hat uns halt ein bisschen den Vorgang kaputt gemacht kaputt gemacht schon mal einer ich ruhig auf dem Namen meine Leertaste hört man jetzt nicht so laut mal nicht doch schon ziemlich laut was ist das macht es nämlich einfach mal mit wir müssen doch hier irgendwo rote Blut Blumen haben ich fliege einfach mal hier rüber das brauchen wir hier immer da hat eine Schaufel dabei das nehme ich einfach auch mal mit so dodo wo wir sind das nein Blumen abkehrt die kenne ich schon die haben können die kennen wir von der letzten Aufnahme um hier ist rot ja Gott sei Dank ich glaube ich jetzt vier krieg ich 8 8 raus geht hier habe ich nochmal welche ja okay fliegen wir kurz nach Hause stimmt hier war ja noch ja okay das machen wir vielleicht auch noch und ein Dach bräuchten wir wahrscheinlich auch noch, aber da gucke ich dann erst mal, also Holz, B, D. Okay, wie war das jetzt nochmal, wie viel Rotewolde brauchen wir? Ja, zwei, sieben und zwei Graue, okay. So, jetzt bin ich so schlauer und hab kein Dings dabei, kein von dem hier. Cray, oh, da hab ich genau zwei, sehr gut. Cray, und dann brauch ich noch was immer gesagt, sieben, rote Wolle. Dann brauchen wir das, soweit ich weiß. Und dann brauchen wir, äh, hier ist nicht, hier ist's. Wo kann ich nur Wohl reintun, dann tue ich einfach mal da rein. Da kommt ja eh niemand drauf. Ähm, wie war das, das was? Ach, nee, halt, was ist denn das? Red Clotham. Ich brauche ja noch das hier dazu. Hexical Diamonds habe ich nur zwei. Oh, Scheiß. Oh, warte, ich konnte mit denen irgendwas machen. Oh, fuck. Ah, okay, Hexical Essence. Jetzt muss ich doch nochmal meine Wiki öffnen, oh, man. Ahn. So. Exit. Weil nicht, dass wir jetzt, dass ich die jetzt alle verbrauchen, die kann man da noch irgendwie anbauen oder sowas. Hexical Essence. Suchen wir mal. Hexical Essence. So. Ähm, ist ein Item used to make Hexical Diamonds. Okay, Hex, sie – ich gebe das jetzt hier unten einfach mal ein. Hex, 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 bis Kuss. Hex bis Kuss. habe ich glaube ich nicht oder wahrscheinlich total selten nein nein 9 kann ich damit in das Mann Hexbiskus kann ich den Englischer man geht nicht Prozent Scheiße im Moment ist dann aber ich habe er glaubt 4 ja ich hab genau 4 nun muss ich einfach mal Ausschau halten ja gute Frage wie machen wir das ich glaube ich baue erst mal einen Brustpanzer den baut man so und eine Hose den baut man so so wolle wolle so und dann weiß ich noch nicht was mit den anderen zwei mache ich denke dass ich die jetzt erst mal verzaubern werde Prozent hier irgendwo Dings für uns Flächen oder vielleicht auch nicht